Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Es war im März 2018, als die Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. im Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien eine wissenschaftliche Tagung veranstaltete. Das Thema lautete Erlösung oder Selbsterlösung? Die Antwort des christlichen Glaubens auf Gnosis und Esoterik. Einer der Referenten war der frühere Präsident des päpstlichen Rates Chor Unum, Dr. Paul Josef Kardinal Cordes. Sein Vortrag ist nun als Buch erschienen unter dem Titel Yoga, ein religionsneutrales Gesundheitstraining? Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Kardinal Cordes nun bei mir im Studio von Kirche in Not zu haben. Mit ihm möchte ich über seine neue Erscheinung sprechen. Herzlich willkommen, Eminenz. Dankeschön, Herr Blumberg. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, wenn ein Kardinal einen Vortrag über Yoga hält und dieser Vortrag dann als Buch erscheint. Wie kam es, dass Sie sich genau für dieses Thema Yoga entschieden haben? Ich wurde aufgefordert vor den Mönchen von Heiligenkreuz und habe zunächst Nein gesagt. Aber weil mich die Gottesfrage immer sehr beschäftigt hat, habe ich dann entdeckt beim Nachdenken über diese Dinge, dass Yoga und diese modernen Weisen asiatischer Meditation sehr viel mit unserem Glauben zu tun haben, beziehungsweise sehr häufig problematisch sind für die gläubigen Christen, wenn sie die bis zu Ende praktizieren. Und so habe ich mich dann in die Materie gekniet. Es war eine wissenschaftliche Zusammenkunft und da muss man ja da schon ein bisschen beschlagen sein von der Sache. Das wollen wir in den kommenden Minuten ein bisschen näher betrachten. Die Kernwahrheit des Christentums schlechthin ist ja, dass Jesus Christus der Erlöser des Menschen ist. Welche Bedeutung hat Erlösung in fernöstlichen Meditationsformen? Zunächst mal scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir das festhalten. Das Christentum sorgt für den Menschen, nimmt sich des kranken Menschen an. Es ist eine lange Tradition in unserer Kirche, wenn ich an die ganzen tätigen Orden denke, die ja gegründet worden sind, um den Menschen zu helfen, um Not zu bewältigen. Aber sie tun es immer im Hinblick auf Gott. Sie tun es im Hinblick auf Jesus Christus, weil sie wissen, dass das Kreuz nicht aus der Welt zu schaffen ist. Und weil sie auch glauben, was in der Schrift steht, dass Not und Elend, Krankheit und Leid Folgen der Sünde sind. Diese Dimension wird in den asiatischen Meditationen total ausgeklammert. Und von daher kann man sich nicht damit zufrieden geben, solche Meditationen, wie es vielfältig inzwischen geschieht, in karitativen Stellen oder auch in Klöstern, sozusagen als Ersatz für Glaubensvertiefung und die Heilungsversuche der Kirche anzusehen. Ja, in Ihrem Buch rufen Sie zur Vorsicht auf. Sie sagen, asiatische Wellnessangebote stützen sich nicht nur auf physikalische Kräfte, wie zum Beispiel die Kneipp-Therapie, sondern Sie haben auch eine spirituelle Dimension. Kann man denn die spirituelle Dimension beim Gesundheitstraining nicht einfach ausblenden? Ja, da sagt die Erfahrung, dass natürlich die ersten Übungen, zum Beispiel von Yoga, den Menschen physisch sehr gut tun. Und dass in dieser Weise natürlich eine gewisse Faszination ausgeht von diesen Tätigkeiten. Aber es gibt dann leider auch sozusagen einen Fortgang dieser Geschichte, der sich dann nicht mehr mit dem rein physischen genug tut, sondern der darüber hinaus eben noch, ich würde mal sagen, religionsähnliche Elemente einbezieht. Es gibt zum Beispiel eine Yoga-Übung, die sich Reiki nennt. Und ich habe dann einfach im Internet nachgeschaut. Was sagt man darüber? Und fand eine sehr bedrückende Stellungnahme einer Frau, die Reiki gemacht hat. Und würde Ihnen gerne ein Stückchen davon vorlesen. Ja, bitte. Man kann das nachlesen. Das ist also nicht erfunden, sondern wirklich ganz offiziell und auch würde sicher attackiert, wenn die Dinge nicht stimmen würden. Diese Frau schreibt, man wollte mir Folgendes klar machen. Gott ist lediglich universelle Energie, die von jedem Menschen angezapft werden kann. Nicht Gott entscheidet, wer seine Energie bekommt, sondern zum Beispiel die Reiki-Meisterin für 190 Euro, kommt dann in Klammern dazu. Für mich suspekt, Gottes Energie käuflich. Und dann nur noch dieser eine Satz, Wiedergeburt und Selbsterlösung. Jesus ist nicht nötig. Und ich verlasse mich da also nicht nur auf diese Frau, sondern die Glaubenskommission des Syro-Malabarischen Ritus in Indien, die ja ständig in der Praxis mit Zen-Buddhismus befasst sind. Die haben gesagt, diese Praktiken sind abgöttisch. Sie haben also entdeckt, dass es wie ein Virus ist in der Zen-Meditation, die uns führt zum Atheismus. Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass der Zen-Buddhismus zu einer spirituellen Einsamkeit führt. Inwiefern? Ja, das ist natürlich das Kennzeichen des Buddhismus. Der Buddhismus kennt ja kein Du. Er kennt nicht einmal das menschliche Du, sondern er kennt nur das Ich. Er findet im Ich in seinem eigenen Inneren die Möglichkeit, geheilt zu werden, herauszukommen aus der Not. Und insofern steckt also in dieser Selbstbeschränkung, in diesem potenzierten Individualismus, würde ich sagen, schon das Problem, dass man sich isoliert. Die nächste Stufe ist dann der Schritt zum Nirwana, zur totalen Auslöschung. Der Buddhist will ja nicht das Glück, sondern er will den Verzicht auf das Glück, indem das Ich überhaupt nicht mehr zum Tragen kommt. Wenn es im Anfang so schien, dass dieses Ich sich erfüllt durch die Strömungen der Erde, des Kosmos, dann erscheint es eben zum Schluss als ausgelöscht. Kurse für Yoga und Zen-Buddhismus finden sich auch in katholischen Bildungshäusern. Mit welcher Erwartung fragen auch Christen scharenweise nach fernöstlichen Meditationstechniken? Ja, es ist halt was Neues, es ist halt was Modisches und es fängt sehr harmlos an. Wenn die Meditationsübungen beginnen, dann fühlen sich die Leute wohl, sie fühlen sich physisch gestärkt. Sie finden eine neue Gemeinschaft und man sieht dann sehr oft erst nach längerer Zeit den Pferdefuß. Ich habe selber, wir haben in Rom ein Jugendzentrum, in diesem Zentrum zwei Jugendliche getroffen, die ja um den Buddhismus sehr genau wussten, weil das junge Mädchen, die Freundin dieses jungen Mannes, war zwei Jahre in einem buddhistischen Kloster gewesen. Es gibt in Rom nicht nur ein buddhistisches Kloster, man muss sich wundern, wie viel im Westen Europas Buddhismus auch in den USA gewachsen ist. Und wir kamen auf den Buddhismus zu sprechen, da sagte dieser junge Mann zu ihr, weißt du noch, als du aus dem Kloster kamst, du verzogst dein Gesicht überhaupt nicht mehr, du lachtest nicht mehr, du hattest keine Freude am schönen Essen, du hattest keine Freude an mir. Der Prozess, so summiere ich jetzt, der Prozess, der ich aus Löschung hatte bei ihr schon begonnen. Und dann fingen beide herzhaft an zu lachen, dass diese Zeit überwunden war. Viele Leute, die in esoterischen Netzen gefangen sind, wollen sich daraus befreien. Wie kann so eine Befreiung gelingen? Ich meine, wir sollten zurückgreifen auf die großen Erfahrungen unserer Heiligen, die ja etwas von Gott wussten und auch verstanden haben, diesen Gott in unser Leben hineinzutragen. Die Alternative zu diesem esoterischen Werk ist, sich Gott zuzuwenden in irgendeiner Weise. Und ich denke daran, dass zum Beispiel auch die großen Orden Faszination ausüben können. Denken Sie an die goldene Schallplatte der Benediktiner, die auf einmal den gregorianischen Choral wieder ganz groß gemacht haben. Oder denken Sie an den Sonnengesang von Franziskus und unsere Ökologie. Da gibt es Berührungen, auch für den ganz modernen Menschen. Oder an die 30-tägigen Exerzitien des Ignatius von Loyola. Ich habe sie selber mal gemacht. Ich weiß, wie gut mir das getan hat. Das ist zwar 30 Tage Stillschweigen, das fällt uns nicht ganz leicht. Aber das heißt also, um Ihre Frage zu beantworten. Wir haben in der Kirche einen ganz großen Schatz, ich denke jetzt, es fällt mir gerade so ein, an den Charles de Foucault mit seiner eucharistischen Frömmigkeit. Wenn ich sehe, wie die Jugendlichen heute wieder zum Altarsakrament gehen, davor beten, dann haben sie in Charles de Foucault einen großen Meister. Es ist nicht so, als wenn wir keine Mittel hätten. Aber die Führer solcher geistlichen Impulse, die müssten Raum geben, die Führer der asiatischen Meditation, die sie ins Christentum hineintragen, müssten Raum geben, den alten klassischen Frömmigkeitsübungen, wie wir sie in der Kirche haben. Kardinal Cordes, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Gern geschehen. Das war ein Buchgespräch mit Dr. Paul Josef, Kardinal Cordes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Freuen Sie sich jetzt auf eine Leseprobe von Kardinal Cordes aus seinem Buch Yoga, ein religionsneutrales Gesundheitstraining? Zur Wahrnehmung gegenwärtiger kirchlicher Fehlerkultur braucht es keine große Hellsichtigkeit. Unsere Sorge gilt dem Menschen. Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung zählen nicht mehr als zweites Gebot, das dem Ersten, der Liebe Gottes, wohl gleich, aber eben doch das Zweite ist. Mach's wie Gott, werde Mensch, ruft man uns wohlmeinend zu. Und Yoga wie New Age mit ihrer totalen Gottvergessenheit stehen bereit, weil sie letztlich all dieses Kreisen um den Menschen nur auf die Spitze treiben. Darum ist Gott anzubeten, allzeit gegenwärtig zu haben im Gemüt und im Streben und in der Liebe, wie es der große Meister Eckhardt sagte. Und Gott ist zu verkünden, wie er sich selbst geoffenbart hat. Sein biblisches Selbstbildnis ist anzustaunen. Wer sich das Neue Testament zu Herzen nimmt und auf Gott hin befragt, der kann nicht kalt bleiben. Er spürt etwas von der Liebe, die Gott in sich ist. Yoga, ein religionsneutrales Gesundheitstraining, Fragezeichen, von Paul-Josef Cordes, ist dem Media Maria Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es umfasst 59 Seiten und kostet 7,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017